Ja, der passt nicht. Das ist der Riesenlachs. Oh, ich mach's hoch. Muss ich auch noch Steinchen finden. Bist du immer, wo schön viele Steine liegen oder so? Ah, hier sind ja welche. Sammelst du auch immer den Schrott ein, den du hier findest? Ja, das ist schon mal gut zu wissen, Drache. Fuck, zu schnell. Immer schön alles aufsammeln. Ach, da war gar kein Stein, das war Ton. Ah, Ton ist bestimmt auch gut. Immer brauchen wir das auf jeden Fall. Mit Ton und Sand machen wir, glaube ich, halt die Ziegel. Hier müsste Sand sein. Was war das denn? War das hier deine Schnur gerade? Nee, ich bin nicht bei dir. Moment, doch, du bist genau unter mir. Ach, da bist du. Ja, das ist doch deine Schnur. Ich wollte es schon gerade sagen, Alter. Wo ist so eine Schnur in der Fressling? Kommt das denn her? Hier ist überall Ton, Sand und Steine. Ich nehm auch schon mal einfach Ton und Sand mit. Irgendwann werden wir das bestimmt brauchen. Ja. Aber wo sind die Steinchen, die ich vor allen Dingen brauch? Also Steinchen sehe ich hier auch gerade gar nicht. Vielleicht, aber ich glaube, ich habe schon genug für eine neue Axt. Wenn wir uns eine... Wir haben keinen Bolzen mehr, ne? Nicht nur ein Stein. Dann könnte ich mir nämlich schon mit einer Metallachs machen. Diese ganzen normalen Werkzeuge geht immer viel zu schnell kaputt. Ich hoffe, du bist ein Steinchen. Bist du auf dem Boot? Nee, nee, ich bin hinter dir. Warum hast du die ganze Zeit so eine Schnur bei mir in der Hand? Du bist nach da ganz hinten. Ich weiß nicht, welches ist. Wenn du bei mir rumläufst. Okay, ja, wahrscheinlich. Oh, der High ist hier. Mann, ey, wo sind denn Steine? Nein, ich brauche zwei Steine. Ähm, ich habe... Aber das Spiel ist geiler als hypnotikal, so fand ich. Wenn du zwei Steine hast... Ich habe drei. Oh, ja, kannst du mir zwei geben, dann kann ich mir eine Axt bauen. Ja, hier auch. Die Axt ist nämlich kaputt. Danke dir. Bitte, bitte. Beste. Wo sind hier Steinchen, ey? Hier sind hier keine Steinchen. Scheiße. Ja, hier sind echt nicht mehr viele Steine. Ah, eine Mühe ist an unseren Dingern. Oh nein. Achso, nee, zum Glück nur an der... An der Puppe? Ja, ja, zum Glück nur an der... Vogelscheuche. Komm her. Oh, hi, ich komme hin. Oh, oh. Okay, wir haben keine Fische mehr. Okay, dann angel ich mal. Ich muss mir vielleicht noch mal angeln. Dann angel ich jetzt kurz. Oh nein, hier ist was kaputt. Was ist das denn? Hat er doch unser Boot kaputt gemacht. Wieso? Ich angel mal mit. Wir können ja ein bisschen Reserve... Wir, äh, futtern und trinken uns jetzt einfach hoch in Ruhe. Und dann ziehen wir weiter. Kannst du noch eine Kiste dann bauen? Oh, ich habe wieder einen fetten Lachs. Muss ich mal gleich gucken. Also ich glaube, eine große Kiste nicht. Dafür brauchte ich irgendwie so Bolzen. Und die haben wir nur irgendwie einmal gehabt durch Zufall. Äh, obwohl... Nee, ein Scharnier. Ja, wie macht man ein Scharnier? Das ist halt die Frage, ne? Ah, Scharnier habe ich durch diese Kiste da gekriegt. Ach, man kann auch die Seile bauen, wenn dir so Sachen fehlen. So Rohstoffe für so ein Ding. Ja. Dann kannst du da auf das Bild und auf Plus klicken. Ich bin immer... Ich habe dann immer die Sachen extra irgendwo gemacht. Muss man gar nicht. Ach so. Ja, ich kann auch mal ein kleines Lager bauen. Zumindest. Hier hinter. Pass auf. Okay. Wir brauchen ein bisschen System, damit das schneller geht. Ich brauche diese Ordnung. Okay, wir machen das jetzt so. Ja. Deswegen das kleine Lager am Feuer. Da packen wir jetzt einfach alle Fische rein. Okay. I need the system in my life. Oh, ich meine Kartoffel. Und denk dran, dass du manchmal Sachen auch in Kisten stapeln kannst. Dann nehmen die weniger Platz weg, ne? Okay. Habe ich nämlich hier gerade auch bemerkt. Kann man hier noch mehr einpflanzen? Ich habe noch die Palmsamen. Wahrscheinlich nicht. Ey, du kannst ernten, ne? Ja, mache ich gleich. Habe ich mal gemacht. Ich glaube, die Palmsamen, da braucht man so ein eigenes Ding für. Die gehen, glaube ich, nicht in so ein kleines. Könnte ich mir vorstellen. Ich will immer hier rein. Oh. Oh. Nein, mein Schmerz ist kaputt. No. Ich will jetzt im Endlichen Pfeil und Bogen. Planke und Seil. Planke, 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 Planke. Haben wir hier irgendwo eine Planke? Ja, hier kann ich dir geben. Wie viel brauchst du? Eine nur. Aber vielleicht kriege ich hier gleich eine. Ich habe das mal mit Quantum durchgespielt. Genau, aber da war das Spiel noch in der Alpha. Mittlerweile gibt es halt auch schon einige neue Sachen. Und ich erinnere mich halt auch wirklich fast gar nicht mehr so. Richtig. Wo ist mein Speer? Wo bräuchte ich denn als nächstes? Ach so, sollen wir mal den Glibber suchen hier, wo wir schon mal hier sind? Ja. Den Seetang-Glibber? Also ich habe versucht, aber ich habe nichts da gekriegt. Ja, da muss man mal gucken, wo man das findet, ne? Das findet man, glaube ich, nur an so großen Pflanzen. Also hier nicht an diesen kleinen Gräsern. Das müssen, ich meine, so ein bisschen längere, größere sein. Aber nicht exaktlich sure. Die sehen auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Wie könnte das denn sein? Ich glaube, das waren so ganz große. So ganz lange. So ganz lange Grüne. Äh, ich finde die hier leider nicht. Ich glaube, das sind keine Glibberpflanzen. Ich habe hier auch leider keine gefunden. Oh nein, da rei. Ja, ich bin hier, ich bin hier. Oh, okay. Ich dachte, den kann man irgendwie so getimed angreifen, dass der dich nicht beißt. Irgendwie, ich glaube, wenn er gerade seinen Mund öffnet oder so, irgendwie so was war da. Ah, hast du ein bisschen umgebaut? Ja. Schön. Ey, wir haben alles gelernt. Ah, ne, hier fehlen noch ein paar Sachen. Mann, wo ist dieses See-Tang? Ich glaube, hier ist keiner. Wir müssen eine andere Insel suchen. Okay, Kari, ich ziehe wieder raus, oder? Jo. Weiter geht's. Bye, bye, Insel. Bye, bye. Bye, bye. Ich hätte gerne das Glibber für eine richtige leere Flasche. Also für diese Plastikflasche, oder? Ja, deswegen. Oh, jetzt wird er eine Möwe. Komm, bitte. Ey, die kann man aber auch schlecht erwischen, ne? Ich will nämlich, dass wir auch immer Vogelfleisch haben. Ja, ich bin Chicken. Chicken, Terriac. Ja, boah, ich habe noch mein panältes Hühnchen hier. Da freue ich mich nicht drauf. Wollen wir schlafen gehen? Ist doch hell. Ach so. Ach so. Wie weit haben wir denn eigentlich davon, wenn wir schlafen, so wirklich nichts, ne? Nee. Außer, dass die Zeit halt dann irgendwie umgeht. Also wollen wir vielleicht gleich schlafen gehen, meine ich eher, wenn es... Ja, wenn es dunkel ist. Oh, wird langsam schon. Alter, kannst du in die Zukunft sehen. Ja. Ach, Blätter. Nice. Keine Ahnung, ob ich die überhaupt noch brauche. Äh, doch, die brauchen wir. Eigentlich immer, ne? Immer. Für jeden Scheiß. Bei der nächsten Insel müssen wir an dieses verkackte See tragen. Und gelibber. Das ist jetzt erstmal, glaube ich, das Wichtigste fast, ne? Ja. Da brauchen wir für die ganzen anderen Sachen. Aber ansonsten, ein neues Paddel bräuchte ich zumindest. Ja, ich brauche auch gleich einen neuen Haken. Oh, 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 oh. Oh, hi. Machst du ihn tot? Jo. Super. Nicht tot, aber... Ja, ich weiß, was du meinst. Wir haben ihn vertrieben. Gib mir das. Nein, gib mir das. No. Ja. Ich brauche das doch für mein Paddel. Ja, ich brauche neues. Oh, ich habe irgendeinen Errungenschaft. 500 Sachen gesammelt oder so. Hm, ich muss mir wieder so ein Ding machen. Ach, ja. I got my new Paddel. Nice. Oh nein, die scheiß Möwe wieder. Ja, ich habe sie einmal gepikst. Aber die hat das erlebt. Nächstes Mal haben wir wahrscheinlich, aber hoffentlich Fleisch. Hey, aufschau, moin. Ich soll dich vom Sandro grüßen. Oh. Was du denn noch kennst? Nee, kenn ich den nicht. Vom CS. Grüße zu haben. Ja, ohne Anubis läuft das halt einfach nicht, ne? Sollen wir schlafen gehen, Icarie? Jo. Was ist, wenn der Hai einfach alles kaputt macht? Dann ist er wohl schlafen. Na, ich denke nicht. Oh, schön mit dem Mond. Immer noch dunkel. Wie wenig schlafen wir denn? Oh, ich habe voll Hunger. Oh, ich auch und voll du bist da. Ey, das war gar keine gute Idee, ne? Nee. Wir schlafen nie wieder. Wir dürfen nie wieder schlafen. Ich habe Salzwasser getroffen. Ich habe mich verdrückt. Oh nein, du Öppel. Ich habe Wassermelone, wenn du eine möchtest. Ja, warum nicht? Hier. Ich kann dir noch eine geben. Sauber. Oh, das ist lecker. Das ist richtig lecker, so eine Wassermelone. Yes. Warte mal, was sagt eigentlich der Wind? Okay, das ist noch richtig. Das ist eine... Warte mal, ist das die... Das ist eine neue Insel, oder? Ich denke. Wir können nicht sein, dass wir jetzt... Wir haben ja geschlafen. Das muss ja voll lange her sein. Okay, warte mal. Ich drehe das mal so ein bisschen dahin einfach. Oh, oh. Nein! Ach so, ich dachte, wäre der... Ich bin runtergefallen. Das hört sich manchmal an, als würde der Hai kommen. Okay, Segel in die Richtung setzen. So ein bisschen wird das dir wohl helfen. Guck schon mal, dass du einen guten Haken hast und eine gute Axt. Dann können wir da gleich alles Mögliche besorgen. Ja. So eine Axt brauche ich auch. Habe ich nicht. Ach man, das war zu schnell. Was fehlt dir für die Axt? Alles. 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 Also die Axt... Ähm, naja, brauche ich alles. Ich habe keinen... Aseil könnte ich craften. Sein habe ich nicht. Sein habe ich auch nicht. Sein könnte ich mir hier wegnehmen. Ah, stimmt. Wir brauchen ja auch wieder einen Anker. Oh. Wir haben keine Steine für einen Anker. Doch, wir haben Steine hier. Echt? 15 Stück. Oh. Oh, ja, dann habe ich nichts gesagt. Wir sind noch im Lager. Ich höre die Möwe. Stimmt, ich vergesse immer ins Lager zu schauen. Äh. Ja, dann könnte ich einen Anker bauen. Dann ist ja kein Problem. Okay, ich habe schon mal einen Anker für gleich. Ich paddel und ram. Jo. Ika, du musst gleich das Segel einfahren. Okay. Das kleine oder das große? So. Jetzt vermutlich ist hier so viel Shit überall rum. Na, ich brauche noch ein paar Planken. Okay, du kannst es langsam ein... Okay, mache ich das? Wie gesagt, mache ich das? Mit E. Da drangehen und E drücken. Ah, nice. Okay, ich bin. Die Kütze gehört mir. Nein! Hier ist es voll schön. Oh, der Hai wollte mich gerade angreifen. Hier gibt es Kokosnuss, aber die kann man nicht farben. Äh, kann man nicht? Ich glaube, wenn du die kaputt machst, oder? Ah. Ich brauche noch zwei Planken. Kannst du mir zwei Planken geben? Mangos sind das. Ach, cool. Das sind keine Kokosnuss. Schöne Planken. Ja, zwei. Dankeschön. Und dann, du kriegst halt voll viele Planken, wenn du einfach diese scheiß Bäume immer kaputt achstest. Ja, mache ich. So, ich suche mal jetzt diese Glibberpflanzen. Das nervt mich, wenn wir keine finden. Kokosnuss habe ich jetzt. Aber wenn hier kein Seetank ist, raste ich aber auch aus. Irgendwann, irgendwo muss das doch mal sein. Ah, hier, Hikari. Ich glaube, hier ist Seetank. Ne, warte mal. Doch. Wenn du hier zu mir kommst. Aber da ist das das nicht. Doch. Da stand gerade was mit E. Wo ist das? Hä? Ah, ja doch. Komm mal. Ja, du kannst nur nicht überall an den Pflanzen Seetank sammeln. Überall, wo so diese Blätter hängen. Okay. Diese etwas kleinere noch. Ah, sauber. Seetank. Seetank, öffne dich. Hier ist richtig viel Seetank. Oh mein Gott, ey. Das ist wie auf einer Hanfplantage hier. Aber man kann nicht von allen ernten. Hast du das schon gesehen? Die, Hikari, dass du nur weißt, wie die aussehen? Äh, ich glaube, ja. Okay. Weißt du was? Wir brauchen auch diese, äh, damit wir unter Wasser länger... Eine Taucherflasche ist auch eine Saustürflasche. Ja, dafür müssen wir zuerst die Plastikflasche machen. Und dafür brauchen wir den Glibber. Und den Glibber machen wir... In der Schmelze. In der Schmelze. Seetank in die Schmelze. Okay. Haben wir... Wir haben aber keine Schmelze, ne? Nee. Räuchten wir noch. Ich habe jetzt auf jeden Fall erstmal eine Ladung Seetank hier. Irgendwie habe ich keinen Seetank hier bei mir. Nee, der ist halt auch nicht überall... Weißt du, was das Geile ist? Der Hai ist überhaupt nicht bei mir. Noch nicht einmal hier gewesen, der Hai. Ja. Voll geil. Kann man stehen in Ruhe sammeln. War das? Hab ich jetzt nicht den... Und an diesen Wänden ist Kupfer, ne? Ganz oft. Jo. Weißt du ja alles. Hast du auch schon mal Muscheln gefunden? Ja, Riesenmuscheln. Ich weiß noch nicht, wofür man die braucht, aber ich nehme die mal mit. Solange der Hai mich hier nicht belästigt, sammle ich jetzt einfach die ganze Zeit. Oh, mein Haken ist kaputt. Scheiße. Einfach einen Riff abhacken. Ja, aber wir müssen doch auch irgendwie überleben. Ich muss was essen. Ich angle ein bisschen. Mach das. Oh, kommt der Hai hier hin? Okay, ich hab jetzt 29 Mal Seetang. 29 Mal? Jau. Dann müssen wir doch jetzt was machen können mit Geilet. Metall und Kupfer brauchen wir sehr viel später, ne? Okay. Gesagt. Okay. Ja, gut. Was? Mein, der Hai. Alter. Das hat mich richtig erschreckt. Okay. Wir haben nur das Problem, dass wir halt keine Schmelze haben, ne? Wie macht man die Schmelze denn? Müssen wir mal gleich gucken. Vielleicht müssen wir die noch erforschen. Oh, ich hab's geschafft. Mist. Mist. Ey, Scheiße. So, was brauchen wir? Erstmal erforsche ich jetzt das Seaweed. Jetzt haben wir schon mal die Flossen. Dann können wir schneller, äh... Schwimmen. Schwimmen. Wo haben wir denn die Schmelze? Hier, Schmelze. Wir brauchen dafür einen Trockenziegel. Dafür brauchen wir Sand und Ton. Alles klar. Dann können wir das bestimmt gleich machen. So, den nassen Ziegel müssen wir hier hinlegen. Und dann wird der trocken. Irgendwann. Okay. Mein ich. Ey, Jules. Moin sehen. Kann man das hier? Das ist Sweeted Water. Weißt du, das ist leckeres Sweeted Water. Ja. Also, fahr, äh... Achso, brauchst du auch, um die Pflanzen zu gießen, ne? Jo. Musst du mir das frische Wasser nehmen. So, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Ziegel brauchen, bis sie trocken sind. Aber ich denke mal, das werden wir sehen. Kann man nicht auf den Grill tun, ne? Hast du noch so ein... Was braucht denn? Ich glaube, ich mach noch einen Grill für. Äh, guck mal. Ja, manchmal können zwei, wenn zwei ganz nice, ne? Was packen wir hier hinten rein in diese... Komische? Vielleicht so andere Sachen, die eher so... Nicht so wichtig sind. Einfach irgendeinen Hotz. Ja. Das wird unsere Essensbox. Ich hab einfach... Guck dir den mal an. Boah, das sieht aus wie so ein Koi oder sowas. Ne, so wie so ein, äh... Wels, ne? Nice. Ist das ein Wels? Äh, ja, ein Wels. Nice. Ah, schreckt. Oh, lecker. Bestimmt. Wie machen wir denn Kupferbarren und so, Körner? Ne, müssen wahrscheinlich schmilzen. Boah, ich bin so froh, wenn wir gleich Gelibber haben. Können wir endlich mal so ein paar neue Sachen bauen. Hast du jetzt eigentlich noch einen Grill gemacht? Ja. Ah ja, nice. Denk nur dran, dass wir viele Planken jetzt brauchen, ne? Ja. Was wolltest du sagen? Das können wir immer. Äh, wir können später ja das wieder so hier umändern. Ja, ja. Dass man da hinbekommt. Ja, ja, klar. Ähm, waren da noch Palmen auf der Insel für Holz? Ich denke. Ich guck mal. Ich hab wieder so einen Walz gefangen. Ein Walz. Hoffentlich gibt er ganz viel. Ja, die können auch ganz schön dick werden. Aber leider ist hier kein Holz mehr auf der Insel. Okay, schade. Wollen wir dann weiter? Hm, jo. Nur noch Blümchen, aber ich glaub, die brauchen wir noch nicht. Nee. Ja, oder wir sammeln noch ein bisschen Tonerde Kupfer. Das war irgendwie so ein bisschen doof, aber ich glaub, da brauchen wir irgendwann zu viel. Ja, der Lager ist noch was. Oh, oh, oh. Oh, da wird mich groß. Ja, aber wir brauchen davon, glaub ich, später richtig viel, ne? Okay. Oh, das Ding ist wieder da. Deswegen ist das fast schon... Und diese Ziegel sind auch noch nicht trocken. Metall, Erz... Ach, den ganzen Scheiß braucht man. Ich sammle noch mal ein bisschen davon, aber... Ich ängel noch ein bisschen. Aber dieses Mal hat mich der Hai im Visier... Oh, shit. Mein Geppet. Was ist das hier? Metall. Ah, ja. Ja, wir können den großen Grill halt noch nicht bauen. Und so, wie wir das ja machen. Ja. Ah! Scheiße, ich hab den nicht gesehen, diesen Scheiß Hai. Ich wollte eigentlich den... Oh, nein. Oh, ich hab ihn abgewehrt. Geil, der konnte mich nicht beißen. Und dann konnte ich den sogar noch mal hitten. Hoffentlich ist der gleich tot. Komm her, du Arsch. Okay, jetzt hat der mich erwischt. Okay, ich muss hier mal abhauen, sonst bin ich gleich tot. Oh mein Gott, ey. Okay, viel mehr sammle ich jetzt einfach nicht. Okay. Weil der mich sonst tötet. Sei der auch da nicht drauf, der eine. So, einmal erst mal... Ach nee, wenn wir jetzt schlafen gehen, brauchen wir nachher wieder... Also, wir trotzdem machen? Oder soll man einfach durch die Nacht worken? Können durch die Nacht, oder? Können wir eigentlich machen. Du hast ja auch noch einen nassen Ziegel in der Dingens. Den musst du aufs Deck legen. Ah, okay. Ah, hier, Trockenziegel. Sauber. So, wenn ich den jetzt erforsche, dann können wir, glaube ich, auch noch mal irgendwas Neues bauen. Ah ja, die Schmelze jetzt. Endlich. Okay. Mit der Schmelze können wir uns den Glibber machen. Dafür brauchen wir aber noch drei Trockenziegel und sechs Nägel. Nägel hatten wir ein paar noch hier, ne? Nee, doch nicht. Nägel können wir aus, ähm, Schrott machen. Ja. Ich hab mal noch... Oh nein, wir brauchen aber auch Schrott. Ah! 16 haben wir noch. Okay, ja, dann ist gut. Hier drin. Dann machen wir nur noch Trockenziegel drei. Dann brauchen wir noch mal Sand. Sand und Ton. Kann ich gerade nicht bauen. Eins, zwei... Okay, wir brauchen noch mal auf jeden Fall Sand. Ich geh noch mal Sand suchen. Okay. Sand, 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 sand. Oh nein. Ah, der Hei greift mich direkt wieder an. Hier, vielleicht musst du Sand suchen. Wenn ich mich noch zweimal angreift, bin ich am Arsch. Okay. Das sind auch so Dinger auf dem Boden, die du... Ja, I know, I know. Okay, okay, gut. Ich glaub auf der anderen Seite von der Insel. Wenn du unterwegs noch... Dann fahr aber auch noch in der Kiste. Hast du das gesehen? Ich hab nämlich die Möwe getötet. Nice. Ähm. Feder. Oh, die können wir mal erforschen. Ja, war in der Kiste, aber das war nicht genug. Wir brauchen mehr. Wie viel brauchen wir noch? Mindestens vier. Oder zwei. Zwei wäre das absolute Minimum, ja. So, warte mal. Die Federn kann ich auch erforschen. Das war doch auch was. Ah ja, ein Pinsel und eine Hängematte. Können wir jetzt machen. Uh, mit dem Pinsel kann ich alles reich färben. Toll, toll, super toll. Nice, endlich. Noch nicht mal so ein geiles Fluss zum Einfärben. Richtig scheiße und dann so, ah, wenigstens Farben. Ey, Goreki, danke für die Föhnen, vielen Dank. Ja, Vogelkiller ist aber was Gutes in diesem Game. Von den Nerven. Hikari. Du hast deine Wartungsarbeiten am Floß ein bisschen gemacht. Ich bin vernachlässigt. Ich muss zwei Felder hier reparieren. Ja. Mit nur 30 Prozent. Entschuldigung. Oh, Hähnchen. Ey, ich mach Hähnchenkeulen. Also ein Geflügelschenkel. Geil, jetzt krieg ich voll Hunger. Ich pack bei dir auch einen drauf. Dankeschön. So bin ich. Lieb und nett. Oh, ich hab keine Planken mehr. Ich kann kein Feuer machen. Ich hab dreimal Sand gefunden jetzt. Reicht das? Ja, reicht. Okay. Oh, es war das Minimum, aber reicht. Ich hab keine Plank, ich hab keine Plank-Makerie. Ähm, hier hinten am Forschungstisch ist noch, muss man noch einmal reparieren. Und ich kann generell kein Feuer nachlegen. Okay. Geben einfach mal eben zwei mit. Soll ich planken. Oh nein. Äh, ich leg dir das in die Kiste, ja? Yes. Oh, es war mal die Fehlern rein. dieses große fisch das war es nicht benutzen ja da war auch gleich die große feuer irgendwann schafft man das schon so ein großes ding zu machen auf sich mal vier mal schrott und drei planken brauche ich noch hier ist schrott drei planken hast du dich noch kann ich gleich den schmelz aufmachen wenn die beiden trocken sind einfach weiterfahren so einmal so uns schlafen legen und dann weiter fahren obwohl warte mal hat mein trinken ist relativ niedrig manchmal lieber noch vorher hey diesmal ging das bei mir gar nicht runter bei dir woran lag das jetzt ich weiß es nicht gut ich hole den anker wieder raum segel setzen matrosen hikari und ausrichten mit er ne mit er muss er gedrückt halten und dann kannst du drehen ja genauso ja die ziegel mittlerweile trocken einer sauber okay wir brauchen nur noch diesen ein trocken ziegel hier wenn der trocken ist und eine planke dann kann ich den schmelzofen bauen okay man kann auch wieder ernten da ist sogar noch was drin jetzt ne bei dem ein hast du gerne ich habe gerade geerntet oder oder so ich habe gerade jetzt geerntet ja okay die rüben aber ich meine da sind so was ist so was nachgewachsen das meinte ich schon direkt wieder wie ist denn diese kleinen ach so da hast du gerade reingelegt oder was hikari hast du beide geflügelschenkel genommen ne einer ist in der box und einen habe ich gegessen ah einer ist in der box okay okay ich wollte schon sagen ich wollte auch ein geflügelschenkel da wäre ich jetzt aber da wäre ich jetzt aber sauer da hast du schon ein hau weggegessen erhältnis wieder eine insel ja lass mal hin aber warte mal brauchen wir jetzt wieder einen anker kann ich einen bauen kann aber bauen ja ja ich habe keinen planken ne haben wir nicht aber hier liegen welche rum und da sehe ich doch auch da sehe ich doch auch dingens moments rumliegen rumstehen palmen da kriegen wir doch unsere planken her ach stimmt richtet mal so ein bisschen auf die richtung der insel aus toll 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 wobei jetzt bewegen wir uns gar nicht jetzt habe ich das zu krass ausgerüstet hallo du klo ey hallo du klo mein zee tut weh danke für die neuen vielen dank man danke dem genießt du neuer bitch ne monate ist auch neuer danke man merci die sieht seltsam aus die insel eine ganz steile rampe aber auf nicht so was denk dran seetang auch und sand ja eigentlich müssen wir richtig leider fahren jetzt hier diese ganzen doofen erze und ton und sand hm warum geht das nicht oh shit aber er sieht schon oh oh haifisch oh mein gott ich habe viermal haifisch seki kari nice wie lange bleibt der jetzt weg weil ach nee ja ist ja ich habe ja weil das gute ist äh eine Minute dann können wir jetzt ähm ganz lange suchen ne wenn der jetzt weg ist ja ist eigentlich nice ja in der zeit müssen wir mal hier unten sammeln solange das scheiß Ding weg ist oh nein was ist mit den möwen oh machen die was kaputt jetzt müssen wir die vogelscheuche und dann die samen ach stimmt ist egal ja die samen sind sie nicht so schlimm naja das stimmt seetang da sind steine ey trifal moin sehen äh doch den kann man aufsetzen kati das ding ist nur man sieht dann halt auch ein bisschen weniger also so an dem rand oben und unten hat man dann so die haifisch zähne deswegen habe ich den nicht aufgesetzt weil irgendwie habe ich lieber so ein klares sichtfeld aber ja kann man ist bestimmt nice dann sharon moin jetzt zeit für planken yes oh komm her palmensamen kann man eine palme anpflanzen ja ja oh das gute ist dann hast du nämlich auch holz auf deinem boot dann kannst du die immer äh kannst du auch holz sammeln dran weißt du ok kannst irgendwann mehrere palmen auf dem boot haben und dann immer ein bisschen anachsten für holz was ist das hier oh what the hell kann man damit irgendwas machen nee toll what a debate egal komm lass mal schnell tauchen hier ist voll scheiße ja aber hier muss ja wohl auch trotzdem irgendwie sand und so ein scheiß sein solange der hai noch nicht da ist muss man das eigentlich machen aber ich sehe auch wieder so wenig hier ist irgendwie gar nichts nee ich glaube das ist wieder zu tief ne ja pass auf kriegst taucherkrankheit echt wenn du zu tief nee ich glaube nicht also nicht in dem game eine j bessere chloe nicht in dem game ich Oh nein, der Hei ist wieder da. Wie baust du denn den Sehkan ab? Der ist daneben. Du musst nur E drücken. Der sammelt die ein. Aber das ist nur an bestimmten Stellen. Weißt du? Du kannst... Ah. Da sind so extra so ein paar mehr Blätter. So meistens in der Mitte. Vielleicht sind die schon alle abgeerntet. Nur das kannst du halt nehmen. Toll, toll. Super toll. Schön, toll. Schön, toll. Was sollten wir jetzt nochmal als nächstes bauen? Ah ja, die Schmelze. Genau. Ey, Trifalios, danke für die Sechs. Genieß den neuen Badge, Mann. Danke für den Support. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, das Game macht wirklich Laune. Yes, ich kann sie herstellen. Yes. Nice, du. Okay, du musst sie nachher so ordnen, dass das hübsch aussieht. Okay. Du bist dafür verantwortlich. Du kannst es besser. Bestimmt. Oh, der Scheiß Ei, ey, ey. Ja, da müssen auch nochmal Planken rein. Okay, und da muss jetzt das Seetang rein oder wie oder was? Und dann kriegen wir Glibber. Glaub ich. Können wir endlich coole neuen Sachen craften. Das müssen wir wohl rausfinden, damit wir dieses große Feuer machen können. Oh. Ich hab sie erwischt. Nice. Die essen wir nachher auch wieder. Ja. Ey, da muss man ja auch erstmal drauf kommen, dass man Seetang in die Schmelze legen muss, ne? Ey, da würde ich niemals drauf kommen, so für Glibber. Wahrscheinlich muss man einfach mal probieren, was man überall reinstecken kann und dann... Stimmt. Hi, Carrie. Ja? Das erste von diesen Haifisch-Dingern wird meins, ja? Ja, das ist okay. Aber ich bin mal nicht so. Ich leg dir hier auch Haifisch-Steaks rein. Kannst du mir das drauflegen hier? Achso, nee, da ist was drauf. Ah ja, jetzt hab ich echt Pflanzenglibber. Nice. Ein Pflanzenglibber kriegt man aber nur in der ganzen Zeit. Wow. Okay. Erstmal erforschen. Ach, ist schon erforscht, hast du schon gemacht? Was? Nee, ich hab noch nichts gemacht, ja. Achso, dann haben wir das irgendwann mal erforscht. Okay. Vier mal Glibber und wir können eine leere Flasche machen, da haben wir dann viel mehr Platz für Wasser. Das ist doch schon mal geil. Und bei der großen Anbaufläche, die wir machen können zum Beispiel, da gehen die Palmen drauf. Okay. 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 Sollen wir weiter? Warte. Weil wir müssen auf jeden Fall wieder Planken sammeln. Mal wieder scheiße planken, eh. Ja, planken. Das ist wichtig. Was machen wir mit den Haiköppen? Hauen wir die eigentlich hin? Einfach weg, so? Die können wir später als Deko benutzen. Ah, dann pack ich einfach mal in diese Scheißbox, weil essen können wir die ja nicht. Nee. Kann man die auch übereinander stacken? Ja, geht auch. Scheiße. Können wir noch ein bisschen weiterspielen. Kannst du wirklich entscheiden. Ist mir egal. Okay, dann lass du weiterspielen. Zweite halbe Stunde noch? Ja. Ja. Können wir noch gerne machen, halbe Stimmchen. Weil dann kriege ich auch wirklich Real-Life-Funger. Ja, ich hab auch langsam Kohl-Damm. Hast du schon eine leckere Mango mal probiert, Hikari? Nee. Nein? Ja, aber ich hab hier einen reingepackt. Ah. Einfach essen. Musst man nicht braten. Bist du jetzt alle? Ja, drei Stück. Die geben nicht so viel. Guck, wir sind das jetzt einfach auch noch. Den krieg ich ersichert. Dann lass mal den Segel da wieder abmachen, oder? Oh. Stimmt. Ah, noch mal gehettet. So. Echt? Mhm. Lol. Okay, langsam hab ich echt keine Planken mehr. Wir müssen Planken sammeln gehen. Let's go. Wo ist denn der? Ah, hier. Tschüss, Insel. Oh, jetzt geht's in die Richtung. Okay. Oh. Was war das? Ach so. Auf geht's. Wir sind die Piraten der Meere. Ey, das gab mal mehr früher, hab ich das Gefühl. Diese Teifisch-Dingen. Hä? Ach, ich brauch einen Bogen, Alter. Ja, ne? Irgendwann brauchen wir diese Scheißbögen auf jeden Fall. Oh, ich kann mir endlich eine Flasche herstellen. Sauber. Oh, nice. Brauche ich diesen Scheißbecher nicht mehr, oder? Ah, okay. Da passt auf jeden Fall viel mehr rein. Und gleich kriegen wir hinterher... Alles gut. Gleich kriegen wir hinterher auch irgendwas, womit wir... mehr... äh... mehr Wasser herstellen können, weil das ist immer voll wenig. Ja. Warte mal hier, ich geb dir mal Glibber. Ja, was soll ich mit dem Glibber? Äh, wenn du vier hast, kannst du dir auch eine Flasche holen. Ah, nice. Theoretisch könnte man jetzt auch nochmal eine Flasche erforschen. Das Problem ist ja immer nur, dann sind die weg aus dem Inventar. Und dann können wir die Sauerstoffflaschen machen nachher. Na, ich behalte die erstmal noch. Sollen wir pennen gehen, oder sollen wir... Äh, ich brauche auch noch Kunststoff. Und ich brauche Glibber. Ich brauche viermal Glibber. Ja, ja, genau. Musst du nur da rein tun, ey, hier. Eins, zwei, drei, vier. Brauchst du nicht nur drei. Da musst du einfach die Schmelze packen. Du brauchst aber auch vielleicht nachher wieder planken. Planken, hier. Sieht gut, planken weg, der Scheiß. Ist das schon wieder eine Insel im Mundlicht? Das gibt es ja nicht. Ja, moin. Nein, ich wollte das einsammeln. Ach, ich bin so. Du. Oh nein. Was höre ich hier? Aua. Ich weiß immer nicht, ob der das Fluss angreift. Das hört sich alles gleich an. Scheiß, fang jetzt. Wir brauchen mehr davon nachher. Oh ja. Du spielst Raph. Yes. Nice. Raphdi-Baphdi. Alleine? Nein, mit die Curry. Hallo Pia. Soll ich dir sagen? Hallo Pia. Ungefähr genau so. Hat die Gretz schon mal Raph gespielt? Ja. Gibt's schon. Ja, einmal. Macht ihr noch euer Pen und Paper? Yes. Ach, du mein geilen Odi. Den kann ich endlich mal in groß zeigen. Haha, genau. Es ist so richtig schön flauschig da drinnen. Von hier. Und von wem hast du diesen tollen Odi? Von? Danke. Schön flauschig. Ach nee, warte mal. Wir brauchen ja wieder einen Anker dann. Ach ja, stimmt. Kann ich überhaupt einen bauen? Ja, doch kann ich. Ich muss mir die Steine hier raus so besorgen. Okay. Ich mach das. Moment, lohnt sich das überhaupt? Das ist voll klein hier. Ja, nee. Aber wir hängen ja schon hier fest. Dann gucke ich mal einmal ganz kurz, was ich hier drauf finde. Ohne Anker. Warum nicht fliegt unser Boot jetzt aber nicht weg? Aber hier gibt es ein paar Planken immerhin. Eine Ananas! Oh. Ananas will ich. Wo ist die hin? Da. Ich höre die Möwe. Oh ja. Ja! Die Möwe ist auch wieder down. Nice. Noch mehr Chicken. Chicken Dinner. Oh nein, oh da. Oh man, jetzt reicht es aber auch. Okay, ich habe leider wieder meinen Speer jetzt nicht mehr. Nice, jetzt ist es bei mir. Hier ist noch dein Glibber, ist already. Boah, es ist voll nice, dass das hier einfach ohne den Anker hält. Ich hab echt Glück gehabt. Oh, hallo, hi. Oh, oh. Ma. Ich mach's mal schnell weg. Oh, ich komm nicht hoch. Oh, Mist. Ich glorie den Hai einfach nochmal bis zum nächsten bisschen. Okay, jetzt muss ich aber ins... Oh nein, Nika, ich bin tot. Nein. Wir sind viel weiter weg, als ich dachte. Oh, komm. Okay, doch nicht, alles gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Machen wir denn noch nicht so eine Panik? Oh Gott. Oh Gott. Oh Mama. Hier sind Wassermelonen, ne? Jo. Rapp, 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 rapp. Äh, Hikari, du musst den Glibber nehmen für die Flasche. Ja, mach ich. Okay, immerhin haben wir den Anker jetzt nicht verschwinden für die Flasche. Das ist doch auch gut. Ja. Aber hier ist nochmal ein Glibber. Nein! Hikari, kannst du mich holen, ich bin ins Wasser gesprungen und da wurde direkt getötet vom Hai. Okay. Warum hast du das gemacht? Ja, weil ich Angst hatte, dass ich da vorne schlug. Ach so, ja, okay. Ja, ist ja egal. Dass ich nicht mehr einsammeln kann. Ja. Oh Mann. Ja, voll vergessen. Scheiße, Mann, dass ich low war. Naja, auf jeden Fall, Hikari. Guck mal hier. Ja. Gibt wieder Geflügel. Yummy, yummy. Ich tue dir auch ein Geflügel drauf. Oh, schön. Oh. Kannst du dir mittlerweile deine Flasche bauen? Ähm, oh, ich hab jetzt glaube ich, warte. Boah, ey, was musst du mir machen, damit wir diesen großen Grill kriegen? Ja, kann ich. Okay. Hab jetzt mal ne Flasche. Zulassen. Ach stimmt, das sind wir ja hier am Erforschungstisch, ne? Ich dachte, das kommt irgendwann einfach. Fortschrittlicher Grill. Wir brauchen einen Metallbarren. Okay, dann müssen wir diese Metallscheiße da bestimmt reintun. Hier im Metallerz. Hikari? Ja? Schauen wir hinter dich? Was brauchen wir? Ein Glibber für dich. Ein Glibber? Ja, du stehst drauf. Dankeschön. Nimm ein Glibber. Boah, ich muss mal aufhören. Ich komme gleich wieder. Yes. Und ich komme jetzt, ist kein Haiangriff. Okay, wenn ich also jetzt gleich den Metallerz habe und erforsche, dann kann ich den großen Grill kaufen. Äh, bauen. Das ist schon mal nice. Sehr, sehr nice. Nice. Ich esse jetzt einfach die Hähnchen auch. Sophie hat vorhin auch einfach alles alleine gegessen. So. Warum soll ich immer der liebe Nette sein? Oh, oh. Hi. 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 Da ist der Metallwarren. Meine Güte, es kommen aber auch alle Tiere hier an, hä? Uh, wir können Bolzen machen, Scharniere, Schere. Schaufel. Metallpfeil. Netzwerfer. Alter, das können wir jetzt alles machen. Ein stationären Anker. Ein Metallsperr, endlich. Den Grill. Und einen Topf, der Nahrungsmittel zu erstaunlichen Mahlzeiten verarbeitet. Oh. Oh. Oh, wir können jetzt den Grill machen. Ja, wir können jetzt richtig viel Neues machen, die Karine. Alter, ich gucke mal. Boah, richtig viel Neues. Wow. Wir haben jetzt einen Metallsperr, wir haben jetzt irgendwie so einen Netzwerfer, wir haben eine Schere, wir haben eine Schaufel. Ich mache mir auf jeden Fall gleich erstmal... Aber wir können jetzt die Bolzen machen auch und dann können wir auch endlich andere Waffen bauen. Wir haben so einen neuen Anker. Metallpfeil. Endlich. Oh, wir brauchen ganz viele Metallbachen. Ja, jetzt gleich geht's los. Okay, ich mache Sand hier rein, dann haben wir Glas. Glas. Sobald wir Glas erforscht haben. Wir können den fortschrittlichen Reiniger machen. Oh, okay. Und dann können wir von mir aus Pause machen, Nikeri. Jo. Boah, dann, ey, dann wird's nächstes Mal richtig geil. Dann können wir danach endlich unser... Unser Floß richtig geil... Ach, guck mal, sogar ein Teppich, ey. Ja, habe ich gerade gemacht. Ja, ist schön. Ey, wir müssen um unser Überleben kämpfen. Ich mache einen Teppich. Ja. Nice. Achso, wir müssen uns hier... Jetzt haben wir den fortschrittlichen Reiniger. Geil. Oh. Wie speichert man denn eigentlich? Will speichern. Einfach speichern? Ja, habe gemacht. Du speicherst dann die Welt, weil du es von dir gehostet hast. Ja, was wollen wir jetzt noch machen? Was wollen wir jetzt machen? So sieht es schön aus. Ja, jetzt sind wir eigentlich fertig. Also, wir können jetzt den fortschrittlichen Reiniger holen. Dann kriegen wir, glaube ich, mehr Wasser generell. Oh, das wäre super. Was ganz nice ist. Wir brauchen dafür Glas. Dafür müssen wir Sand in die Schmelze hauen. Okay, dann hole ich mal den Sand. Kunststoff und Plank. Ja, ich habe da gerade auch Metall drin, aber... Nee, den Sand hast du weggenommen. Nee, ich habe viermal Sand. Reicht vier, Glas? Also... Ja. Oh, reicht genau. Ja, dann brauchen wir nur noch Planken. Planken und ein Kunststoff. Und wir brauchen Planken. Ja. Planken und ein Kunststoff. Planken und Planken und Planken. Planken.